Haus Nummer 9. Helfen Sie mir bitte! Was soll ich tun? Pressen. Willst du? Rücken nicht pressen. Helfen Sie den Notarzt. Der ist schon unterwegs. Atmet wieder. Gott sei Dank. Hören Sie auf, hören Sie auf. Ich bin nicht zu nah gekommen. Alles wird gut. Ecki, willst du weitermachen? Was? Das ist eine Bereise. Platz bitte. Schock. Sie haben alles versucht.